So, wir sind zurück beim Fiasko. Fiasko Grande und Hurt Hurt. Ja, wir treten Ferrara ab, okay. Und wir treten Istrien ab, oder Venedigab. So, und das war's. Punktgestand 24, immerhin. Wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten, gibt gar nichts. Historische Wertung. Schnarch. Schnubbel. Unter Norwegen. Unter Bremen. Unter Vjangangara. Puh, unter Genua, unter Ming, unter Dänemark, ja, das ist übel, aber ich finde, damit kann man leben. Also, wir haben eine Playlist zu Ende gebracht, immerhin, meine erste glaube ich, wo ich wirklich komplett durchgespielt habe. Schade, dass es so schlimm gelaufen ist, vielleicht haben wir was daraus gelernt, ich weiß, ob wir wirklich sich zurückhalten mit Lender Erobern am Anfang, als Nobody, aber ohne Lender Erobern macht das Spiel eigentlich keinen Spaß. Gut, vielleicht mache ich eine neue Playlist, morgen oder so, überlege ich mir mal, was ich spiele. Danke für euer Zuschauen, Kommentare sind wie immer gerne gesehen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bis hoffentlich bald, euer Let's Play Gastgeber Nebulon. Bye-bye. Bye-bye.